Hallo, schönen guten Tag. Viele Grüße aus dem Kaffee-Express. Ja, wir befinden uns hier auf der Bundesstraße 61 und haben gerade Herford verlassen. Ja, wir wollen mal ein Stück zusammen fahren. Und zwar nach der Stadt, die es nicht gibt. Bielefeld! Jawohl, lass kein Abo da, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Ansonsten wünsche ich uns erstmal eine schöne Fahrt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, liebe Grüße, pass auf dich auf, bleib gesund, schalt gerne wieder ein zu einer weiteren Folge Geschichten aus dem Café Express. Tschüss!